Hallo und willkommen zu Rezept to Fee. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Mann, ihr Hörnzchen selber machen könnt. Zuerst dem Marzipan eine Schüssel geben. Nun das Eiweiß hinzufügen und nun alles gut miteinander verrühren. Nun den Zucker hinzufügen, eine Prise Salz und den Vanillezucker. Und nochmals alles gut verrühren. Nun das Mehl hinzusieben und den Gurt unterrühren. Nun mit einem Spritzbeutel die Hörnzchen auf einem Backpapier spritzen. Und diese nun mit Mandelblättchen verzieren. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Celsius, ca. 15 Minuten, goldbraun backen. Und so sehen meine fertigen Mandelhörnchen aus. Ich habe die Enden noch mit Zartbitterschokolade versehen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Eure Rezepte für ihr. Für uns Zuschauen. Und dann Tet発. Tschüss. Zarek